1967, Japan, Minamata. Einleitung von Blei an der Küste. 20.000 Personen verseucht. 1976, Italie. Seveso. Accident chimique. Pollution à la dioxine. 1.800 hectares contaminés. 1970, Francia. Naufragi dalla Amokokadis. 222.000 tonnes petrolii griff coolant or. 1994, Ruanda. Genocide. 1.000.000 deaths. 2.000.000 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020